Ja, da drunter ist glaube ich Eis, würde ich mal vermuten. Okay. Hast du kein Papier bekommen? Nö. Ach scheiße. Ach jetzt, scheiße, das sammelt sich ja. Kann man hier nicht noch... Ja genau. So. Wo kann man denn das resetten? Gar nicht irgendwie. Ah jetzt. Oh, dann macht er das automatisch immer. So. Weil ich glaube du musst abschätzen wo das... Da ist das Papier schon mal nicht. Da auch nicht. Na komm komm. Nochmal bitte resetten. Ach warte mal, da kann man doch was sehen. Okay, hier ist Eis. Also bei mir fliege ich überall Dings rum. Ja, ich sehe es auch gerade. Das packt gerade aber richtig rum wieder. Ach, der spuckt die ganze Zeit Papier aus hier oben. Ja, ja. Das ist nicht mal so klick, 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 klick. Ich dachte, das geht irgendwie auf Zeit. So, okay. Der mittlere ist jetzt auch an. Jetzt nur noch der linke. Ja. Ja, sehr schön. Und jetzt müsste... Ach so, ja. Jawoll. So, Papier noch hin. Ach so, na gut. Könnten wir da nicht kaputt machen. So. Sehr schön. Vorletzte Kammer. Dunkel ist es. Es wird sehr dunkel. So. Ich komme da nicht ran. Warte mal. Hier ist eine Kiste. Jetzt. Nimmt jeder am besten eine raus. Und zack. Hast du es rausgenommen? Ja. Okay, gut. Und. Jawoll. Keep the paper in your inventory. Musst du da... Ich habe hier so ein Symbol. Ich weiß nicht, muss ich das... Hast du auch hier oben sowas mit Redstone? Ja. Bei mir... Also ist 3x3 das Feld. Ja. Genau, da ist bei mir die... Das mittlere und die komplette rechte Reihe. Okay, bei mir ist... Ähm... Ja, wie so ein kleines... Also... Von wo hast du denn jetzt geguckt? Von welcher Seite? Wie von... Ja, so wie du davor stehst, ne? Äh, dann ist oben in der Mitte. Ja. Mitte Mitte. Ja. Und ganz rechts, bitte. Das ist rechts. Irgendwie... So. Das ist... Ja, es ist... Kannst du meins unten auch erkennen? Nein. Ja, du kannst doch hier vorbeischielen, oder? Ne, kann ich nicht. Ne, weil bei dir kann ich vorbeischielen. Weil... Also zumindest bei dir stimmt's. Also ich habe jetzt hier umgelegt... Äh... Oh... Ja, oder so. Ich habe doch gesagt Mitte Mitte. Mitte Mitte. So ist es bei mir. Ja, und du hast so umgelegt, wie es bei mir hier ist, ne? Hinter dir. Ja. Oder müssen wir unseres Ereignis vielleicht... Vielleicht dann doch vielleicht unsere Ereignis... Warte, versuch doch mal einfach den... Warte. Was, also... Ist das Spiegel verkehrt? Ne. Also... Dann versuch mal deins selber. Ja, ja. So, also das Ereignis. Zack, zack, zack. Oh, nix. Ja, auch nicht wirklich. Oder auch Spiegel verkehrt wiederum. Ne, auch nicht. Obwohl bei mir leuchten die Lampen. Die da... Irgendwie? Ne, bei mir nicht. Ja, ja, also bei mir leuchten sie. Dann müsste bei dir irgendwas noch... Also, dann ist es unser Ereignis. Dann muss nur bei dir da irgendwas... Also, ich habe das Spiegel verkehrt. Nö, ist auch nicht. Das kann er nicht. So, der mittlere auf jeden Fall. Na, dann gibt es die Möglichkeit, die... Was ist denn das? So. Die auch nicht. Dann geht das bei dir nicht. Hä? Warum geht denn das bei dir nicht? Also, Spiegel verkehrt wäre ja theoretisch so. Dann gäbe es ja die Option so. Oder die Option so. Ja. Oder ist es vielleicht bei dir anders, dass bei dir die... Naja, aber das kann ja nicht sein. Nochmal, es müssen ja... Ja, aber vor allem bei dir ist die Frage, von wie rum willst du das betrachten? Aber eigentlich ist es ja egal, wie rum du es betrachtest. Es gibt ja nur vier Möglichkeiten. Komische Scheiße hier schon wieder, ey. So, ähm... So, ich habe jetzt hier Zahlen von 1 bis 9. Was hast du da? Gar nichts. Äh... Du sollst Papier da reinmachen. Ja, okay. Und jetzt, was ist passiert? Moment mal, hier ist ja auch noch was zum Reingehen. Passiert hier was? Ne, passiert nicht. Äh... Ach, doch, mach nochmal. Da ist... ne Map. Ne Map. 3,75. Hä? 3,75? Das war doch damals bei dir auch schon, oder? Können sein. Ja. Die kommt mir doch bekannt vor dir nochmal. Hä? Und jetzt? Was steht da? Oh, 15 durch 3 plus 2... Ne, 15 durch 3 mal 2 plus 33 minus 9. Also, 15,5 sind 10, sind 43... Hm, 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 hm... Sind 6... Versuch mal, 36. 36. 36. Hm, hm. Irgendwie Also 15 durch 3 sind 5 Mal 2 15 33 43 43 9 Sind 4 Warte mal Hä? Sind 34 Was? Sind 34 Ja gut So dann machen wir mal 34 Ja Das sah dann schon besser aus Ach nö Ja aber das ist ja nur Ja klasse Hammer Den einzigen Sprung Vergeigt man So So streng dich an Das ist ein ganz schwieriger Sprung So ok Was haben wir jetzt Ist ne Truhe Ähm Ach hier ist ne Truhe Spender Hast du irgendwo nen Knopf den du drücken kannst damit das aufgeht Ja hier Was steht da Cake in der Da ist noch ne Truhe Ja da kommen die Tram Wähler Block drüber ist Ach da oben ist ne Knopf Für die da oben auch nen Knopf Äh ja Drück mal Ach gleichzeitig Warte mal Warte mal Muss man da irgendwie auf ne Druckplatte draufstehen Ja du hast ja das Papier Aber ich hab keins Du hast noch zwei oder Ja Und bei dir jetzt noch drauf Ne ist nicht drauf Jetzt ist es drauf Ne jetzt Ne wieder nicht Ja und Müsste Eigentlich Jetzt drücken Achso jetzt drücken Go 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 Hä Alles Vor allem Warum ist die Warum geht die Truhe da bei dir nicht auf Ich hab Bohnenmiel Bohnenmiel Ja aber am Baum kann man hier schlecht hin pflanzen Was ist denn überhaupt in dieser verdammten Truhe da dran Ich treffe gar nix in diesem spiel Ich treffe gar nix in diesem spiel Oh So 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 Aha Aha Ich glaube aus den Dingern Durch das drücken von da wird da oben aus dem Dispenser was rausgeschossen Dann kriegt jeder das Ich hab aber nichts Ja aber die Druckplatten gehen ja irgendwie nicht Verstehe ich nicht mehr Scheiß Ist das doch Bist du hochgeschwungen oder was Ja Du musst das Wasser auskriegen Mh Aua So Umgelegt 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 Und Oh So Und das Papier brauchen wir nicht mehr So 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 Okay Jawoll Und Hin drauf Jawoll Oh schon wieder Schon wieder so ein Minecraft Bei dir auch Ach Ja Warte mal Kommt denn da wieder nichts Kommt denn da wieder nichts Ja Ja Nicht so oft drücken Es bleibt da hängen Ja Jetzt Ja Ich hab eins Okay Jetzt Muss nur ich hier das Glück haben Ah Ne Steine ich nicht richtig Ne Ah jetzt Jawoll Sehr schön Wohin geht es denn Ach das muss da hinten wieder durchfallen Ne das hat jetzt Hä Ja da ist wieder Eis drunter Das ist wie eben das Unter irgendein von denen ist Eis Ja Aber das ist ja nichts offen hier hinten Ne Warte mal ich glaub du musst bei mir eins aufmachen Ja es kann auch sein dass ich erst mal treffen muss Ja